Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim! Gleich mal vorknöpfen. Ich frage, ob wir jetzt... Das sind weitere Riesen. Die Frage, sind wir uns freundlich oder feindlich gesonnen? Die Sonnen sind eigentlich nicht aggressiv normalerweise. Ok, also reden kann ich mit denen schon mal nicht. Werde ich dann auch nicht tun. Aber die Straße werde ich jetzt suchen. Da war doch eine Straße irgendwo. Irgendwo war doch da eine Straße. Wahrscheinlich da, wo der Kahn steht. Genau! Vorne sind noch mehr Leute. Die sprechen wir auch mal kurz an. So, wer bist du denn, Freund? Das Glück lächelt auf dieses Treffen herab. Ah, wird sich noch zeigen. Ok, du hast also nichts groß eigentlich zu sagen. Was ist denn mit dir? Du bist der fünfte Chef Rizat. Vielleicht seid ihr auf die Karawanen von Madran oder Akari gestoßen? Beide stehen in meinen Diensten und haben gute Waren im Angebot. Okay, also mit dem haben wir ja schon mehr geredet und auch gehandelt. Ataba... Kyla... Ja, ist gut. Wir gehen jetzt mal wieder in Richtung... Drache würde ich sagen. Die Riesen lassen wir links liegen. Oder können wir mit dem Vorderen reden? Nein! Die sind von uns auch nicht sonderlich beeindruckt. Gut, wäre ich als Riesen wahrscheinlich auch nicht, aber... Noch mal wieder ein paar Wölfe liegen. Großpelze lasse ich einfach liegen, weil die sind ja... A, nichts wert. Und B, bringen sie nichts. Da haben wir einen Hirsch. Warum ist die eigentlich abgezäunt? Fällt mir gerade so auf. Hm... Sollte es da vielleicht noch eine Höhle haben oder sowas in der Richtung? Aber es wäre ja eigentlich unlogisch eine Höhle abzuzäunen. Auf jeden Fall einen Weg hoch. Was? Ähm... Ach! Wuljotnark. Okay, ich hatte es gleich gemerkt, dass der Drache uns schon zu nahe ist. Und wo ist er jetzt? Ah, er ist wieder abgehauen. War ja klar. Leider direkt vor mir. Aber Wuljotnark hat natürlich keinerlei Chance. So. Nehmen wir gleich mal alles an uns. Stahlpfeile, Drachenkampf und Drachenstücken und ein bisschen Gold. So, dann gib mir mal deine Seele, Drache. Herr damit. Ah, sehr schön. Drachenseele aufgenommen. So, damit haben wir jetzt dann die... Keine Ahnung, war es die... Sechste, die siebte Drachenseele aufgenommen schon. Wahrscheinlich erst die fünfte. Und... Da wir den jetzt auch getötet haben, gehen wir jetzt einfach weiter zum... Tempel der Himmels... Ähm... Was war es? Der Himmels irgendwas. Der Spiel, wenn man dich mal braucht, dann sagst du nichts, ne? Ähm, um eben Alduins Mauer zu lesen. Und so vielleicht herauszufinden, wie man denn diesen Alduin denn dann besiegen kann überhaupt. Da haben wir ein Mäuerchen. Sieht ein bisschen kaputt aus. Da geht auch ein Weg hoch. Genau, wir wollen ja Richtung... Markath, also eigentlich Rorik-Stadt. Und genau da gehen wir jetzt auch hin. Kommst du mir jetzt entgegen? Hm, ist dieser Hirsch für irgendwas geflohen? Oder... So, schauen wir nochmal kurz auf die Karte. Wir sind hier. Da ist Rorik-Stadt. Und da müssen wir hin. Oder gehen wir doch einfach den Weg nach Rorik-Stadt weiter. Hey, wer bist du? Hallo! Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Okay, jetzt gibt's Prüf, glaube ich. Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? Das werdet ihr bereuen. Hörst du? Habt ihr nichts auf? Ich werde euch... Wir sind verloren! Rückzug! Tja, du hättest mich vielleicht nicht so sehr beleidigen sollen. Ja, ansonsten... Ja. Warum die aber auch gleich so aggressiv war. Beziehungsweise mich versucht herunterzuputzen. Ich wollte sie ja eigentlich gar nicht umhauen. Ich wollte sie ja einfach nur kurz mit ihr reden. Und vielleicht ihre Geschichte erfahren. Oder... Ja. Vielleicht sie mal fragen. Du kommst du vielleicht aus Rorik-Stadt? Gibt's da auf dem Weg irgendwas Tolles? Solche Sachen wollte ich mit ihr eigentlich besprechen. Ich wollte sie eigentlich nicht umhauen. Tja. Aber gut, wer mich halt als Milch-Bubi beschimpft, ist selber schuld, finde ich eigentlich, ne? Und ich soll das Fertigkeitsmenü öffnen. Ich habe nämlich eine neue Stufe erreicht. Ähm... Ich nehme die... Äh... Gesundheit. Überlebe ich nämlich länger. Und dann könnten wir eigentlich mal die... Schloss knacken. Kann ich da jetzt irgendwas tun? So, das haben wir ja schon. Vor der 25. Ja. Ich würde sagen, das nehmen wir mal. Weil mit dem Schloss knacken habe ich ja eh so meine Probleme. Und... Ja. Deswegen ist es eigentlich nie verkehrt, wenn ich mich da ein bisschen... Ähm... Verbessere. Oh, was ist denn das für eine Säule da hinten? Da ist der nächste Drache schon wieder. Ich glaube es ja nicht. Also... So langsam überschwemmen die Drachen wirklich das Land. Seht es eigentlich mit unserem Inventar aus. 247 von 320. Wir können auch ein bisschen was einstecken. Bin mal gespannt, ob der Drache zu uns herkommt. Oder... Ob wir zu ihm gehen müssen. Was ich auf jeden Fall auch will. Zumindest solange ich dieser Straße folge. Ist da vorne wieder so ein Nord, der mich wieder beleidigen will. Steck da einfach mal weg. Vielleicht läuft es dann besser. Ey du! Weil wenn du auf meiner Seite stehst, tust du das. Ich bin in Deutschland geboren und bin hier aufgewachsen. Aber die Nord behandeln uns wie Dreck. Ähm... Tja, da kann ich jetzt nicht wirklich was zu sagen. Aber sind denn Bauern eigentlich nicht schon immer wie Dreck behandelt worden? So Drache. Ich komm dir immer näher. Und dann gibt's gleich kräftig eins auf die Mütze. Also ihr Bauern guckt auch nicht nach oben, oder? Ich bin unterwegs nach Windhelm, um mich den Sturmmänteln anzuschließen. Ulfric hat recht. Ja, das kann durchaus sein. Vielleicht machen wir das auch noch irgendwann. Unsere Sturmmänteln anzuschließen. Und dieser Weg soll nach Rorikstadt führen? Äh, ja. Tut er ja. Tut er ganz genau. Das ist... Das ist kein Wolf, oder? Bevor ich da hingehe, wird jetzt erstmal kurz gespeichert. Du bist kein Wolf, oder? Was bist denn du? Du bist ein... Doch, ist ein ganz normaler. Du bist ein handelsüblicher Wolf. Okay. Der kam mir gerade so groß vor irgendwie. Größer als die anderen Wölfe. So, Drache. Wo bist du eigentlich? Warum schwebst du denn da oben? Hast du mich jetzt schon gesehen? Oder nicht? Warum schwebst du über Rorikstadt? Komm, Hirsch, verschwinde. Ach Gott, wird da gerade der Nächste erweckt? Ja, sieht so aus. Bin ich aber froh, dass ich nicht alleine bin. Ich geh mal recht nah hin. Okay, der steigt, dass er skelettiert aus dem Grab. Schauen wir mal, ob er denn vielleicht jetzt hier schon so... Er hätte ich so wieder auf 53. Das ist sehr schön. Also, wir können ihn angreifen, während er sich noch zusammensetzt. Das finde ich gut. Okay, ich bin jetzt gerade recht angeschlagen. Wo ist er denn? Okay, ich kam zu spät auf den Inventarknopf. Gut, dann werden wir uns da noch... Ich glaube, wir werden zunächst mal nach Rorikstadt reingehen jetzt. Und uns dann erst der Drachen wieder Auferstehung nähern. Bin ich mal gespannt, ob das dann so besser funktioniert. Auf jeden Fall, das Wölfchen machen wir auf jeden Fall noch mal nieder. Das kann ja eh nix. Zack, einschlag und weg ist es. Das ist kein Erz, oder? Ne, nur dreckiger Stein. Und... Das ist also Alduin da oben, der dann den nächsten Drachen erweckt. Ich bin mal gespannt, was die Leute in Rorikstadt dazu sagen. Ist das hier wirklich Rorikstadt? Diese drei Häuschen? Vier? Aber sieht wohl so aus. Rorikstadt entdeckt. Hey, Wache! Hallo! Okay, Wache redet dich mit mir. Was haben wir hier? Ähm... Iros... Ähm... Was ist es? Frostfrucht? Gehen wir mal rein. Also auf dem Schindstedt wahrscheinlich Frostfrucht. Wir gehen einfach mal rein und hören mal, was die Leute hier so zu sagen haben. Denn... Ich glaube, die Erweckung des Drachen läuft auch A ohne uns und B... Ähm... Tja... Am Ralki führt die Taverne. Er war früher ein Soldat, aber dieses Leben hat er hinter sich gelassen. Und was ist mit dir? Ihr seht aus, als hättet ihr schon so manches Abenteuer erlebt. Ich beneide euch darum. Ihr könntet mir vielleicht sogar behilflich sein. Ähm... Was brauchst du denn? Ich will auch Abenteuer erleben, so wie ihr. Aber mein Vater hat es mir verboten. Er sagt, dass ich hierbleiben und auf dem Bauernhof arbeiten muss. Und selbst wenn er es mir erlauben würde, Abenteurer zu werden, könnten wir uns keine Rüstung leisten. Er heißt Mralki und ist hier der Wirt. Hoffentlich könnt ihr ihn umstimmen. Ähm... Weiß was? Ich... Ich guck mal, was ich... Was ich tun kann. Danke. Ich ertrage den Gedanken nicht für den Rest meines Lebens in diesem Dorf gefangen zu sein. So. Mralki. Servus. Wenn ihr ein Essen oder ein Zimmer braucht, könnt ihr bei mir beides bekommen. Ich will zunächst mal mit dir über deinen Sohn Erik sprechen. Mein Sohn? Erik? Was ist mit ihm? Ist etwas geschehen? Geht's ihm gut? Erik geht's gut. Keine Sorge. Aber... Ich denke, du sollst... Du solltest ihn einfach gehen lassen, hm? Er sieht nicht aus wie ein Wirt. Gut, jetzt auch nicht wie ein super toller Kämpfer oder Abenteurer, aber... Er ist auf jeden Fall kein Wirt. Aber die Welt ist gefährlich. Erik hat keine Ahnung, in was er sich da hineinbegibt. Außerdem hat er keine Rüstung. Ich muss das Geld dafür erst noch zusammensparen. Ich versuche mal zu überreden. Und zwar, äh... Ich gebe ihm kein Gold, damit er ihm eine Rüstung kaufen kann. Nicht weit weg liegt ein Nord. Äh... Eine tote Nord. Da ist noch eine Rüstung dabei. Die kannst du nehmen. Ähm... Also ich werde ihn auf jeden Fall mal überreden. Und... Vielleicht funktioniert's ja sogar. Vielleicht solltet ihr einen Vater entscheiden lassen, was gut für seinen Sohn ist. Jo. Ich werde das Gespräch hier abbrechen. Also gut. Ich hoffe, ihr könnt meinen Vater umstimmen. Er kann ein bisschen störrisch sein. Das heißt also, ich soll ihn quasi bezahlen. Hm, will ich das denn? Das ist doch bestimmt auch wieder so Verschiedenes. Was? Genau. Sprich mit dem Ralk über Erik. Ha. Ich nehme nur Bargeld. Keine Tauschgeschäfte und nichts umsonst. Mein Sohn? Erik? Was ist mit ihm? Ist etwas geschehen? Geht's ihm gut? Aber die Welt ist ge... Außerdem hat er keine Rüstung. Ich muss das Geld dafür erst noch zusammensparen. Ne, weißt du was? Kauf ihm doch einfach eine Rüstung. Ich geb dir ein bisschen Gold. Ihr würdet meinem Sohn mit eurem eigenen Geld helfen? Eure Großzügigkeit bewegt mich. Für eure gute Tat werdet ihr eine Belohnung erhalten. Sagt Erik, dass ich meine Meinung geändert habe und wir schon bald die Rüstung in Weißlauf anprobieren werden. Gut. Werde ich tun. Erik? Hat es was gebracht, dass ihr mit meinem Vater geredet habt? Ja, natürlich hat es was gebracht. Es hat aber vor allem was gebracht, dass ich ihn bezahlt habe. Also, dein Vater hat seine Meinung geändert. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich hoffe, dass ihr bald mal wieder nach Rorikstad kommt und mir einen Besuch abstattet. Vielleicht können wir ja bei einem Met in der Taverne Geschichten über unsere Abenteuer austauschen. Mhm. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Ach, Krieger der Al-Akir? Ähm, sag doch mal, wen sucht ihr denn nochmal? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwardone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Das geht euch nichts an. Ihr müsst... Wenn ihr nicht interessiert seid... Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Mehr will ich, wenn wir gar nicht hier drin sind. Mehr gibt es auch, glaube ich, gar nicht. Also gehen wir nach draußen und schauen wir mal, ob Alduin den Drachen schon erweckt hat. Ja. 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 Ja.